...Sportgeräte und auch auf der Akkutechnik des Hufschlagbahners basieren dadurch sehr lange Erfahrung von der ganzen Akkutechnik. Alles auch mit verschiedenen Aufbau- und Lieferbar, sodass ich einfach Schnellwechselsysteme habe. Ich kann einfach mal Schritte ziehen, unterschiedliche Aufbau anbringen, kann Rangierkupplungen machen, Wassertanz anbringen, und kann stufenlos fahren mit dem Gerät vorwärts, also sehr handig. Die Maschine hat eine Abmessung, maximale Außenbreite 790 mm, dass ich auf Türen und Tore komme. Ich habe hier extra Abweiser, wenn ich durch enge Türen fahre, dass ich die Hände nicht verletze. Auf ganzen Sicherheitssachen ist natürlich Rücksicht genommen worden und auf komfortabel.